Nein! Das kann man E-Mails löschen. Das ist auch so was, wenn man es mit Weihnachten immer macht. Da muss ich besser driften. Da war das Auto schon auf den Drift geholt. Also grobel, ich muss erstmal hier meine restlichen Drifts noch machen. Danach kann ich erst irgendwelche Sight-Check noch kommen. Danke Krankenwagen. Danke Krankenwagen. Danke Krankenwagen. Richtig schön, dass du hier jetzt kommst. Wie funktioniert eigentlich die Handbremse bei einem Hybridwagen? Das müssen ja nicht alle Seiten zupieren. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Yes! Puh! Yes! Nice! 82.000! Ich glaub Polster könnte mein Driftauto werden. Zumindest für solche lang gezogenen Sachen. Wo man eine lange stabile Drift braucht. Aber jetzt kommt wieder die Scheiße auf den dünnen Strecken. Das ist ein paar mal Lachen. Das ist ein paar Sachen. Das ist das, was wir tun. Das ist ein paar Sachen. Das ist ja auch ein paar Sachen. Das ist echt gut, finde ich. Nur das Problem gleich ist mir wieder Haufen Autos am Weg rumdüdeln, weil ich mich jetzt hier befinde. 50.000 muss ich glaube ich schaffen. Komm schon, jawoll, das nächste geschafft, yes. Oh Gott. Ey Drifte! Ach Mann. Kurz angedriftet, wieder rausgekommen und dann, ne, jetzt geh ich nicht mehr an Drift für dich. Bin gerade wieder rausgeholt. Das versteht mal einer, die Ideen ist von Drift. Nicht mal Einstein geschafft. Ach ne, wir sind noch nicht fertig. Dann schaffe ich den 1 Stern noch. 34.000, wie brauche ich denn hier? Aber hier ist viel Platz. Viel Platz, aber auch viele Autos, die bisher unvorhergesehen kommen können. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Auch 65.000 hier auch. Uh, kann was werden. Oh Gott, erstmal direkt von der Straße abkommen. Lügt hier sich ja trotzdem. Wie gesagt, unvorhergesehne Autos, die man dann nicht mehr ausweich kann, wenn man driften will. Hier brauche ich ne Hagen, ne mehr Driftet, weil die Kurven nicht so eng sind. Dann muss ich zu weit rumziehen mit dem. Uh, ich hab's schon geschafft. Von Nevermind. Nevermind. Ich hab mir gedacht, ich brauche noch einen besseren Wagen. Brauche keinen besseren Wagen. Ich mach einfach so. Easy peasy. Generell kann ich hier bisschen Korrektursachen einbauen. Um mich in einem bestimmten Drift zu halten. In einer bestimmten Art Position. Hm. Leider nicht gereicht. Wieso willst du mich denn melden? Den melde ich mal nicht. Ich würde schon sowas immer sehr ernst, wenn nur Sachen gemeldet werden. Oh Gott, mir fehlen jetzt wirklich. 605 Punkte. Also ich feier auch nicht so beste mit. Oh, wie saufen und knallern. Die besten Leuten vor die Füße werfen die knallern. Ne, das mach ich nicht. Das ist so ziemlich das letzte Medium, was ich dafür nehmen wollen würde, um wirklich intensiv zu lesen. Ich hab's noch ein bisschen lauter gemacht, weil der Song eigentlich sehr leise ist tatsächlich. Und das ist wirklich sehr gut. Genau, das ist echt gut. Und das ist alles gut. Das ist alles gut. Aber ja, es ist ganz gut. Und das ist alles gut. Oh, hier kann man hier richtig schön lang ziehen. Jawoll! Auf ersten Anhieb. Ich habe bestimmt schon 20, 30 Versuche gemacht. Mega! Ich habe meine Drift-Zone fertig. Allesamt! Ah! Endlich! Ich muss nie wieder driften in dem Ding. Yes! Yes! Yes!